Ich begrüße Sie heute im Namen der Kloß Schweißtechnik GmbH, um Sie persönlich zur Messe Schweißen und Schneiden vom 16. bis 21.09. in Essen einzuladen. Sie können schon jetzt auf das gespannt sein, was ihr unter dem Motto Welt Your Way auf unserem Messestand erwartet. Egal ob Tandem-Welt, Engspalt-Schweißen oder Laser-Hybrid, unsere Schweißprozesse erlauben hochflexible Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlichsten Werkstoffen, damit Sie exzellente Schweißergebnisse erzielen. Erleben Sie die verschiedensten Schweißprozesse in Live-Demonstrationen auf unserem Messestand. Egal ob kleiner Handwerksbetrieb oder großes Industrieunternehmen, von der Entwicklung über die Fertigung und Montage bis hin zum Training in Ihrem Betrieb, wir bieten Ihnen die ganze Welt des Schweißens und Schneidens aus einer Hand. Kommen Sie auf unseren Messestand in Halle 3, Stand Nummer J113. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.